Danke an uns, wir möchten heute allen an uns danken, allen an uns die Videos kreieren, die Video spiegeln, die Programme, Software, Videos und Filme auf Torrents hochladen, die hacken, die kacken, die aufklären, die aktiv sind. Die Plattformen kreieren die uneigene Sicht der Menschheit ihnen, die auch im nicht-digitalen Leben aktiv sind. Vielen herzlichen Dank für eure geschätzte Mitarbeit, bitte macht weiter so, Anonymous.